Willkommen zurück zu Digimon Rumble Arena. Digimon Rumble Arena! Das letzte Mal hatte ich mit Warmon den einen Spielermodus durchgespielt und heute kommt glaube ich Weemon. Ich weiß nicht, ich hab's in der Weile nicht mehr gespielt. Also jetzt über eine Woche oder so. Ja, ich hab recht, Weemon. Oh Gott. Ah, wieso überspringe ich den? Bei jedem Lass ist es da, aber bei ihm überspringe ich das. Äh, kleine Ankündigung. Es kann sein, dass er vielleicht heute ein bisschen ausrastisch. Bin zurzeit sehr genervt. Das ungefähr schon seit zwei, drei Wochen. Ist aber im privaten Bereich halt. Aber wie gesagt, es kann passieren. Ja, wie gesagt, Weemon ist ein Charakter, der nur einen Nahangriff machen kann. Wie's mit seiner Digitation ist, weiß ich nicht. Okay, wenn ich Karsten hab, einsammel... ...dann weiß ich natürlich nicht. Oder wie ich vor Ort. Wie gesagt, fresh. Das war's für heute. Womban, ich bin hier, ja? Dafür ist er im Rennen ganz gut. Zeige es auch. Vielleicht guck mal seine Digger-Sation an. Vielleicht hat sie einen Fernangriff. Oh komm mal, da kommt der Karte. Schön, dass er reagiert. Ja, hat er. Ich bin hier. Ich bin hier. Du wirst gewinnen. Deine Stimme klang sehr merkwürdig. Oh nein nein nein! Dann springt der Depp noch da rein. Ja, ist der dumm. Ja, wenn man diese Karte hat, dann macht das extrem schön Schaden. Jetzt habe ich das mal weggemacht, aber okay. Wormann ist ja fast down. Halt, Halt, Halt! Ich habe DIGIVOLUTION gesagt! Ich habe DIGIVOLUTION gesagt! DIGIVOLUTION! DIGIVOLUTION! Ach so, okay, ich bin super. DIGIVOLUTION! ja ha 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 ist er dumm wenn er auch da reinläuft 4 Minuten, also 4,5 Minuten habe ich schätzt dass wir gebraucht ok gut paar Sekunden muss man ja auch abziehen oder ungefähr eine Minute sagen wir mal so ungefähr dreieinhalb Minuten also ich hatte es für diesen ersten Kampf gebraucht also wie gesagt diese Map also diesen Stage auf BCD brauche ich schon ein bisschen länger Läuft Toll wie sagt der Headshot am kann es sein dass der am Ende Headshot sagt kann es sein dass der am Ende Headshot sagt na komm nein ich hatte es für die Karte blöder Terramon ja mein nein 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 Das war illegal, dass er mich angegriffen hat. Aber eigentlich habe ich ihn nicht getroffen, oder ist er wirklich bei ihm vorbeigeflogen? Alter, geh da nach oben! Was ist dein Problem, Wehmon? Und? Schon? Du wirst gewinnen! Egal, trotzdem noch gewonnen. Ach, das war erst der erste Kampf! Ich dachte, das wäre schon der zweite. Oh, nein, nein, nein! Hallo? Diggi, Hedepot! Diggi, Hedepot! Diggi, Hedepot! Diggi, Hedepot! Diggi, Hedepot! Ich habe Diggi-Voluzion gesagt. Diggi-Voluzion NOOOOOO! Loll, ich habe gerade den D-Wach bekommen, oder der auch? Loll! Diggi, Hedepot! 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 Oh, das ist doch so! 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 Wir sind doch ein Gerne, Sitz! DIGIVOLUTION Und dann habe ich Terriamon richtig fertig gemacht! Jetzt habe ich das, was ich kenne Teamwork! Ah, es sind also zwei Digimon in einen! Aber warum hat der so eine Digitation? Warum nicht Flamendramon oder sonst irgendwas? Renamon. Ren-Amon. Ah. Dolph! Naja, warum rennt er erst noch rein? LOL. Nein, hier war eine Karte. Haha, ist der dumm. Oder sie essen. Mann. Mann. Eigentlich müsste sie von der Bombe vorher getroffen werden sollen. Aber ich habe gesehen, jetzt ist das erste Ding aktiv geworden. Also, war es doch jetzt kein kleiner Beschürzung gewesen. Die Hedlust! Die Hedlust! Die Hedlust! Die Hedlust! I said Digivol! Digivolution Die Hedlust! Sehr, dann wurde Riedermann richtig weggefilgt. Jetzt kommt wieder ein langweiliges Minispiel... Oh, das sind die Regeln des Spiels! Toll! Tja, die drei Prosakronisten Digimon! Giger in Zeина Hallo?! Digivall vimon! Na stave drogi čia! Digivoluzion So, Killmon! Ach ja! Digivolution! Es bringt gerade sehr viel am Ende Aber guck mal, die Linkspunkte ist genau perfekt hier zu diesen Dings Zu der Plattform Aber okay, wenigstens kann man jetzt so Auch seine Gegnern ausschalten Zumindest die Die es bei Reaper-Mann sein wird Kann ich euch nicht sagen Der war gut, so fand das Der war gut, was er? Der war gut, was er? Der war gut, was er? calmly nicht ...